Hallo Freunde, Herzlich Willkommen in Live und ich will jetzt an die zwei Damen mal was sagen. Lass den Mann in Ruh. Schon wieder. Ich glaube, ich muss euch bald immer selber was erzählen, wenn ein Bruder das rauskriegt, was Pia, du hast einen Hund in deinem Zimmer. Ich fieh das. Ich habe auch gekauft. Seit heute merke ich das. Zweitens, euch beide, ich will noch mal Hühnchen rufen, was ihr Tana. Ihr besiegt dich, der arme Mann da, sexuelle Handlung, Pia, du bist der Regiestapel, acht Straftaten und deine Freundin auch. So, du bist ein Wunder, so geht es bei uns, Party. Und dann noch was Pia. Du lachst mal bei uns mal und dann hattest du das jeden Morgen. Ja? Und dann kannst du zu machen. Du wirst wundern. Du wundern. Du wundern. Ich sag dir, wenn du das schiefst, wenn du das dir. Pum. 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 Und bitte genauso. Ja? Weil ihr beide, eh, an Schuld, eh, in Suche schiebt und das ist strafbar, eh. Na. Leute. Ich erzähle euch mal, warum. Pum. Ich mach dir zu einem Kampfstelle, hab Safety und der hatte einfach immer die Stimme voll an. Die Pum. Sagen wir jetzt falsch rum. Überraschuuun. Also, was du ernst hast, was du richtig meinst. In der Sendung, hier, ne, Pia hat einen Hund, genau. Ein Brutzeihund. Und der Hund war, eh, genau, eh, Bildschirm wichtig geworden. Ein Freund von mir, eh, gerade über das Ding, üte war da und hat mir erzählt. Und dann, bumm, eh, überraschend. Ja? Du bist jetzt selber schuld. Du bist selber schuld. Weil du nicht die Wahrheit sagst. Du bist so fällig. Du triffst so wie Stapel 6 Millionen Anzeiten, eh, Hals. Von Kölzüfer. Und sie auch. Dann heißt, leb wohl. Die Missarbeit auf Ende. Ja? Ich werde euch klein trinken. Allerdings, wie du nicht zum Beispiel. Wenn die Mädels verweidert, eh. Die Mädels. Kannst du sie so, eh. So. Okay. Ihr werdet sich wundern, je lang ich mal bis hin der Einschätzung. Das ist ganz was, das ist Ihr Ernstwirbel. Die Freude ist auf Euch, genau. Dann gibt es Eure Verkäufe mit Pfeife und Pompete und viel mehr. Und Ihr hattet noch ein Schachheiß. Ihr werdet so lange bei uns schaffen, bis zu 20. Ja, ich muss noch ein... Genau. Ihr habt versucht, der arme Mann so fertig macht. Äh, äh. Genau. Ihr werdet wundern, wenn ich Euch samt scheiße. Und dann wollen wir jetzt etwas erzählen für den Ärger. Kriegt Ihr. Ja. Und Ihr seht es dann? Ja. Klar. Klar. Viel Spaß. Nochmals. Heute Abend kommt... Ja. Ich sagte, ich... Ich lade Euch mal ein Facebook ein. Und werde ich Euch auch noch durchziehen. Weil Ihr einfach nicht mal Papier euer Hand lang hört. Und jetzt bitte ich fahre. Vielen Dank, Ihr Zuschauer. Applaus Heavens